Hallo ihr Krypto Begeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Conqueror. Mit dem heutigen Video seht ihr eine Aufzeichnung des letzten Smart IT Kunden Webinars vom Donnerstag, 26. August. Diese Kunden Webinare finden immer Dienstag und Donnerstag live um jeweils 19 Uhr statt. Das Webinar vom 26. August wurde gehalten vom Hannes Schlink. Er ist einer der Gründer und Inhaber von Smart IT. Wer bei einem der zukünftigen Webinare live dabei sein möchte, findet auf der offiziellen Website von Smart IT, nämlich www.smartit.shop, den benötigten Zugangslink. Und wenn man der Telegram-Gruppe von Smart IT beitritt, hält man in der Regel am Folgetag nach dem Webinar den Link und kann sich das ganze Webinar dann im Nachhinein bei YouTube anschauen. So, jetzt folgen noch die Hinweise zum Haftungsausschluss und dann wünsche ich auch schon viel Spaß beim Smart IT Kunden Webinar. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidungen sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Investitionen auf Online-Plattformen sind mit hohen Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Investieren Sie daher nur solche Finanzmittel, deren Verlust Ihre Existenz nicht gefährdet. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Wussten Sie, dass kein einziges Papiergeld-Währungssystem in den letzten 1000 Jahren wertstabil war und längere Zeiträume überlebt hat? Und wussten Sie, dass Gold trotz hoher Kursschwankungen stets seinen Wert behaupten konnte? Die Finanzkrise 2008 brachte unser komplettes Finanzsystem fast zum Einsturz. Die Zentralbanken und andere Institutionen sind für das schlechte Management der Krise verantwortlich. Viele Menschen und Unternehmen waren von einem Tag auf den anderen bankrott. Doch das war auch die Geburtsstunde vielversprechender Möglichkeiten. Aus der Asche der Krise entstand eine der größten finanziellen Chancen, die es je gegeben hat und sie stellte das gesamte Geldsystem in kürzester Zeit in Frage. Sie entstand aus Frustration und Misstrauen gegenüber den Banken und dem Geldsystem. Es war die Geburtsstunde der kryptischen Währungen. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin, die älteste und größte Kryptowährung. Im Jahr 2009 war Bitcoin kaum bekannt. Inzwischen haben mehrere Länder und hunderttausende Unternehmen Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Tendenz steigend. Das Herzstück jeder Kryptowährung ist die Blockchain, das elektronische Kassenbuch. Eine Blockchain ist die weltweite Vernetzung von vielen Computern, die alle Daten vergleicht, verschlüsselt und manipulationssicher abspeichern. Experten sprechen von einem Megatrend, einer echten Innovation und der größten Erfindung, seit es das Internet gibt. Die Bitcoin-Blockchain ist die erste, die größte und gilt als die sicherste Blockchain weltweit. Unabhängig von Banken und Regierungen. Genauso beeindruckend ist die Wertentwicklung des Bitcoin. Lag der Wert eines Bitcoins im Jahr 2010 noch bei 0,05 US-Dollar, durchbrach er in 2017 erstmals die 8000-Dollar-Marke. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt auf 21 Millionen Stück und die Nachfrage steigt stetig. Das könnten zwei Gründe dafür sein, dass einige Banken, Analysten, Vermögensverwalter und viele Großunternehmer von 2020 bis ins Jahr 2024 einen Wert pro Bitcoin zwischen 90.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar prognostizieren. Experten sind sich einig, Bitcoin hat das Potenzial zum Gold des digitalen Zeitalters zu werden. Würde es demnach nicht Sinn machen, statt sich den unvorhersehbaren, immer wiederkehrenden heftigen Kursausschlägen auszusetzen, Bitcoins einfach selbst zu produzieren und mittelfristig eine große Stückzahl Bitcoins aufzubauen? Das sogenannte Bitcoin-Mining ermöglicht genau das. Wer hilft, das Bitcoin-Netzwerk zu betreiben und der Bitcoin-Blockchain-Rechenleistung zur Verfügung stellt, wird mit den Transaktionsgebühren und einem Teil der frischen Bitcoins belohnt, die jeden Tag neu entstehen. Schauen Sie nicht länger zu. Produzieren Sie Ihr eigenes digitales Gold. Produzieren Sie Ihre eigenen Bitcoins. Mit Smart-IT, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Setzen Sie sich mit der Person in Verbindung, von der Sie dieses Video geschickt bekommen haben und fordern Sie jetzt kostenlos den Zugang zu Ihrem persönlichen, passiven Einkommen an. So, hallo zusammen. Gebt mir mal ganz kurz Bescheid. Ton und Bild, top. Ja, dann können wir starten. Mein Name ist Hannes Schlink. Ich bin einer der sechs Gründer von Smart-IT und ich werde gemeinsam mit euch die nächsten 30, 40 Minuten verbringen. Ich habe 14, 15 Folien für euch vorbereitet. Meine Lieblingsfolie ist die Folie 13. Deswegen mache ich das auch und ich hoffe, ihr werdet erkennen, was für Möglichkeiten der Bitcoin bietet, was für eine Riesenchance da ist. Im Film wurde schon einiges angesprochen. Der Film ist aufgenommen worden letztes Jahr im Metz und ich muss sagen, wir lassen ihn immer noch laufen, weil es ist alles drin. Es ist im Prinzip alles erklärt, wie der Bitcoin funktioniert, wie er produziert wird und so weiter und so fort. Und darum geht es heute Abend. Es wird super spannend. Es ist die wahrscheinlich größte Chance, seit wir auf diesem Planeten sind. Die Frage ist nur, was wir draus machen. Lasst uns loslegen. Ja, verstehen ist Silber, erkennen ist Gold. Es geht nicht darum, dass ihr den Bitcoin versteht, weil bis ihr ihn versteht, ist es vielleicht zu spät. Ihr müsst die Chance erkennen, die der Bitcoin, die Blockchain-Technologie, die digitalen Währungen mitzuspringen. Was da passiert ist, die letzten 12, 13 Jahre, weil so lange läuft das schon. Also wir sind nicht mehr in der Early-Stage-Phase oder was auch immer. Wir sind mittendrin. Die Basis ist da. Das Fundament ist gestärkt. Und ja, die Chancen werden immer größer. Und ihr müsst euch absolut informieren. Ihr müsst am Ball bleiben. Lasst diesen Geld nicht an euch vorübergehen. Die Großen sind schon drin. Ob es jetzt Fidelity ist, die größten Vermögensverwalter der Welt. PayPal, Mastercard, Visa. Die großen Firmen, ganze Länder teilweise, wo der Bitcoin schon als Währung anerkannt ist. Oder Länder, die ohne den Bitcoin überhaupt keine Überlebenschance mehr haben, wie Venezuela. Da gab es 2017 Nahrungsmittel zum Beispiel nur noch mit Bitcoin. Der heimische Bolivar ist abgestürzt ohne Ende. Inflationsraten von über 1000 Prozent. Das heißt, Grundnahrung, Grundnahrungsmittel gab es in Venezuela dann nur noch gegen Bitcoins. Also es lohnt sich, hier Informationen zu sammeln. Und an der Stelle auch gleich ein ganz wichtiger Tipp. Tut euch selbst einen Gefallen. Schaut ab und zu bei uns in den Webinaren vorbei. Immer dienstags mit Marco oder donnerstags mit mir. Und geht in unseren kostenlosen Telegram-Kanal rein. Wie gesagt, er ist kostenlos und nur wir dürfen schreiben. Also keine Panik. Da ist jeden Tag eine Meldung drin. Ihr bekommt Informationen zum Bitcoin, zur Blockchain. Was gibt es Neues auf unserem Planeten? Neue Nachrichten. Einladung zu interessanten Webinaren dann, wenn wir was Neues bringen, zu neuen Produkten. Also ihr solltet das auf jeden Fall nutzen, weil Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat. Im Chat ist es eingeblendet. Ich gucke mal kurz rüber auf meinen rechten Bildschirm. Ihr könnt da jetzt schon draufklicken, wenn ihr wollt. Und später einfach eine Telegram-App kostenlos runterladen. Und dann eben einfach unserem Chat beitreten. Da sind schon weit über 500 Personen drin, die jeden Tag, jede Woche da reingucken und Informationen bekommen. Ihr könnt es euch auch aufschreiben. Telegram.smartit.business. Und das hinterher in aller Ruhe tun. Ja, im Film ist einiges schon erwähnt worden. Und wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt und guckt, werdet ihr merken, dass wir sind schon mitten in der Digitalisierung drin. Es wird über den Euro gesprochen, dass er physisch abgeschafft wird, wie in anderen Ländern auch. Wir sind da voll mit drin. Es läuft alles voll elektronisch, voll digital. Und wenn ihr einkaufen geht online, wenn ihr shoppen geht, wenn ihr irgendwo bezahlt, meistens mit Kreditkarte oder mit Apple Pay, Google Pay, was auch immer. Und es wird immer mehr werden. Das physische wird immer mehr verschwinden. Es wird immer mehr ins Digitale laufen. Und Bitcoin ist ja nur ein Beispiel. Da gibt es ja auch noch eine zweite Kryptowährung namens Ethereum, was der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kryptowährung. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie viele Kryptowährungen es inzwischen gibt? Nicht, dass ihr denkt, das ist erst der Anfang. Es geht hier erst los. Es gibt schon ein paar Kryptowährungen. Und ich gucke mal, wie man das schreibt. Aber okay, dann nehmen wir die Überraschung raus. Ich klicke mal hier drauf. Gehe mal kurz live in CoinMarketCap mal rein. Gucken wir uns mal an, wer auf Platz 1 steht. Da steht heute der Bitcoin. Und jawohl, Thorsten, richtig über 11.000. Ihr seht es oben links eingeblendet. Kryptos. Es gibt über 11.417 offizielle, dann gibt es noch ein paar inoffizielle Kryptowährungen. Und der Bitcoin steht aber immer auf Platz 1. Ethereum wird auch immer wahrscheinlich die nächsten Monate, Jahre noch auf Platz 2 stehen. Die dominieren das Ganze. Und da unten folgen dann die anderen 11.000 Kryptowährungen. Wenn ihr aber mal die Dominanz von Bitcoin anschaut, oben steht es, 44% in Bitcoin, 18,2% in Ethereum. Und das ist schon beeindruckend. 44% in Bitcoin und 56% verteilt auf die anderen 11.416 Kryptowährungen. Bitcoin ist die erste, die größte, sicherste Blockchain weltweit. Millionen von Maschinen, die angeschlossen sind. Bitcoin ist nicht zu hacken. Also die Blockchain ist nicht zu hacken. Wallets kann man hacken. Also diese Konten. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, das abzusichern. Aber das ist eine absolute tolle Technologie. Digital komplett dezentral. Und um das Thema geht es heute. Und ich hoffe, ich kann euch den Bitcoin heute und die Chance etwas näher bringen. Ja, wir gehen weiter. Es wurde im Film angesprochen. Die Chancen, dann die Kurssteigerung, die wir schon gehabt haben. Dann die Festlegung auf 21 Millionen Stück. Ihr müsst euch vorstellen, ein Produkt, was festgelegt ist und nicht mehr verändert werden kann, auf 21 Millionen Stück. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Es gibt mehr als doppelt so viele Millionäre. Das bedeutet, nicht jeder Millionär wird einen Bitcoin kaufen können. Es ist unmöglich. So viel zum Thema Nachfrage und Angebot. Aber das ist das alles Entscheidende. Und wer diese Folie versteht, was da in der Vergangenheit passiert ist und wo wir jetzt gerade stehen und was morgen, übermorgen passieren wird, wer das versteht oder erkennt, der müsste in den nächsten drei bis sieben Jahre, warum drei bis sieben Jahre? Das ist jetzt oben eingeblendet. 2024, 2028. Genau darum geht es. Es geht um die Jahre 2024 und um die Jahre 2028. Weil beim Bitcoin alle vier Jahre etwas komplett Verrücktes passiert. Das sogenannte Halving, das sogenannte Produktionshalbierung. 2008 ging es los. Das heißt, vier Jahre später, 2012, war das erste Halving. Wurde die Produktion halbiert. Das zweite Halving war 2016. Das hat der eine oder andere, wenn ich da in den Chat gucke, schon miterlebt. Und 2020 haben einige miterlebt. Da wurde es wieder halbiert. Und 2024 wird es wieder halbiert. Und 2028 wieder. Und wenn man sich das mal anguckt, wie das in der Vergangenheit war, wo wir heute stehen, mit was wir zahlen, dann bekommt man ungefähr ein Bild, wo wir 2024 und 2028 landen werden. Ja, das ist der Kursverlauf von 2008. Ihr seht das, die rosane Phase beim Halving 1 2012, dann 2012 bis 16, 2016 bis 20. Und jetzt sind wir in der weißen Phase 2020 bis 2024. Noch jetzt haben wir ja schon wieder einen Kurs gesehen vor ein paar Wochen von knapp 70.000 Dollar. Jetzt stehen wir gerade aktuell wieder bei 47.000, 48.000. Und in gut zwei Jahren ist dann das nächste Halving. Im Mai 2024 wird es dann ungefähr soweit sein. Und im Prinzip ist es langweilig, wenn man sich das anguckt, weil es ist immer wieder das Gleiche. Guckt euch das an. Wenn ihr euch die Kurse mal anguckt in den ersten vier Jahren, wo es von 0 auf 20 Dollar dann ging. Und in der zweiten Phase, ihr seht es dann hier, es waren sich auf 1.000, um die 1.000 Dollar. Ja, dann die dritte Phase, da wurde es dann schon spannend, dann ging es dann auf 30.000. Und jetzt hatten wir schon die 70.000 und knapp 70.000. Und ihr seht es selbst, wo wir stehen müssten in vier Jahren. Wenn ihr das mal anschaut, die Treppe. Wenn ihr links mal rüber guckt, was da für ein Kurs steht, dann kann man das fast nicht glauben. Eine Million Dollar. Eine Million Dollar im Jahr 2024. Es ist unvorstellbar. Aber glaubt mir eins, es konnte sich auch 2017 keiner vorstellen. Damals ging es dann von 800 Dollar, war dann im Juli, August, waren wir dann bei 3.500, 4.000, 4.500 Dollar. Dann ging es noch weiter hoch auf 10.000, 15.000 Dollar. Konnte sich auch keiner vorstellen. Aber ihr werdet erkennen, warum das so war und warum das auch immer so sein wird. Und ich sage einfach mal, warum das in Zukunft besser wird. Das hört sich jetzt verrückt an. Besser wird, das war schon extrem gut. Es gab keine Investition auf dieser Welt, die in den letzten zwölf Jahren besser gelaufen ist wie der Bitcoin. Er ist öfters ausgezeichnet worden als bestes Anlageinstrument auf ein Jahr, auf drei Jahre, auf fünf Jahre. Ihr könnt im Prinzip, wenn ihr es richtig macht, kein Geld verlieren mit dem Bitcoin. Ihr braucht nur eine richtige Strategie und da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Aber wir gucken uns jetzt diese Phasen nochmal an, weil ihr seht es selbst, dann von 2024 bis 2028 müssten wir eigentlich einen Kurs haben, dann irgendwo zwischen 10 und 100 Millionen. Das hört sich völlig verrückt an. Die höchste Prognose für das Jahr 2030 liegt bei einer Milliarde. Aber selbst wenn die sich um die Hälfte irren, sind es Wahnsinnszahlen, wo wir alle davon profitieren können. Wir alle, auch die Kleinen, auch der kleine Mann, nicht nur die Großen, die profitieren jetzt schon, die großen Firmen. Das ist verrückt, wenn man sich das anschaut, was da weltweit passiert. Wir gucken uns das Ganze mal an. Es ging los 2008, da wurden 7200 Bitcoins am Tag produziert sozusagen. Wenn ich sage produziert, dann meine ich damit, dass die Menschen, die die Maschinen zur Verfügung gestellt haben für die Bitcoin-Blockchain, die sind belohnt worden. Weil die haben ja Kosten gehabt, Stromkosten und so weiter. Die haben die Buchführung, die machen die Buchführung des Bitcoins. Das heißt, nicht die Banken und die Regierungen. Jeder kann Rechenleistung zur Verfügung stellen und kann da an der Buchführung teilnehmen sozusagen, an der Verschlüsselung teilnehmen und wird dann belohnt mit frischen Bitcoins und noch zusätzlich mit Transaktionsgebühren, die auch über Bitcoins bezahlt werden, mit den gebrauchten Bitcoins sozusagen. Also 7200 Bitcoins pro Tag. Und dann ging es ja los, dann wurde das halbiert auf 3600 Bitcoins am Tag. Und der Kurs war damals 12 US-Dollar beim Halving. Beim zweiten Halving ging es dann im Jahr 2016 runter. Die Produktion auf 1800 Bitcoins am Tag. Und der Kurs war dann bei 650 Dollar. Und so ging es weiter 2020. Das haben einige miterlebt. Letztes Jahr im Mai, da ging es dann runter auf 900 Bitcoins am Tag. Und der Kurs war an diesem Tag bei 8760 Dollar. Ja, letztes Jahr im Mai, 8760 Dollar. Der eine oder andere kann sich noch dran erinnern. Da ging es dann drum, wann knackte die 12.000. Dann kam die PayPal-Meldung mit Amerika, dass PayPal mehr Bitcoins braucht am Tag, wie überhaupt produziert werden, um die 1100 Bitcoins. Jetzt greifen sie Europa an, PayPal. Also es wird immer dramatischer. Das Angebot wird immer knapper. Und die Nachfrage, da kommen wir noch drauf, wird immer höher. So, beim nächsten Halving in zweieinhalb Jahren wird es dann runtergehen auf 450 Bitcoins. Und wenn man das jetzt nicht so anguckt, kriegt man schon ein bisschen Gefühle dafür, was da passiert. Und das ist am Tag. Wenn ihr das mal hochrechnet auf den Monat, dann kommen da schon große Zahlen raus. Aber viel verrückter ist, wenn man sich mal den Wert anschaut, der praktisch der Angebotsseite entzogen wird. Weil ihr müsst es ja so sehen, damals wurden 3600 Bitcoins weniger produziert. Das heißt, es standen täglich Bitcoins im Wert von 43.200 Dollar dem Markt nicht mehr zur Verfügung. Täglich. Beim nächsten Halving war das schon gravierender. Da fehlten dann pro Tag Bitcoins im Wert von 1,17 Millionen. Und beim letzten Halving, letztes Jahr im Mai, seitdem sieht es so aus, 7,884 Millionen, was täglich fehlen. Aber das stimmt jetzt gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, der Kurs liegt aktuell bei 47.000, also mehr als das Fünffache. Das bedeutet, aktuell fehlen täglich Bitcoins im Wert von über 35, 36, 37 Millionen US-Dollar. Das Angebot wird immer knapper. Und wenn der Kurs beim nächsten Halving nicht bei einer Million ist, sondern nur in Anführungszeichen bei 250.000 Dollar, dann werden ab diesem Tag dem Markt täglich Bitcoins fehlen im Wert von 112,5 Millionen US-Dollar am Tag. Und das ist das völlig Verrückte. Und deswegen, der Bitcoin ist eigentlich relativ leicht zu durchschauen. Und wenn man sich jetzt nicht nur die Angebotsseite anschaut, sondern nochmal die Nachfrageseite. Und man guckt mal, wie sich die Nachfrageseite entwickelt hat von damals 58.000 Menschen. Dann ging es hoch auf 7,9 Millionen Menschen, die sich mit dem Bitcoin beschäftigt haben, die Bitcoin gekauft haben, Bitcoin verkauft haben, die mit Bitcoins einkaufen gehen oder die eine Karte haben, wo sie im Moment, wo sie an jedem Geldautomat der Welt Geld holen können, wenn sie Bitcoins haben. Das geht ja alles schon. Das wissen nur die wenigsten Menschen. Und dann ging das hoch, guckt euch das an, auf 49 Millionen. Und ja, stand aktuell, sind wir bei, es war jetzt letzte Woche, 75 Millionen Menschen. Aber auch hier, ich gehe mal ganz kurz live, damit ihr das auch mal seht. Letzte Woche waren es 75 Millionen. Moment, ich ziehe es rüber auf den anderen Bildschirm. So, was haben wir jetzt aktuell? Jetzt brauche ich die Lesebrille. Ihr seht auch vom Chart her, wie das explodiert. Das ist völlig verrückt. Und jetzt sind wir aktuell, ich hoffe, ihr könnt es lesen, bei 76,164 Millionen. Also, schon wieder über eine Million dazugekommen in dieser einen Woche. Die Folie ist von letzter Woche. Und wenn man diese Entwicklung, was da gerade passiert, auf der Nachfrageseite mal hochrechnet, dann werden wir, dann werden wir im Jahr, also beim nächsten Halving, werden wir 500 Millionen Bitcoin Nutzer haben. 500 Millionen Bitcoin Nutzer. Jetzt stellt euch vor, was da passiert. Es werden dann 500 Millionen Bitcoin Nutzer auf der Nachfrageseite sein. Und von der Angebotsseite werden 112,5 Millionen US-Dollar täglich an Bitcoins nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt könnt ihr euch selbst ausmalen, was da mit dem Kurs passieren muss. Und wir sind auch jetzt wieder in dieser Phase. Und wo das Gleiche passieren kann, wie letztes Jahr. Und je näher das Halving rückt, umso mächtiger kann das Ganze werden. Weil der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen oder auf 14 Tagen mit magischen Werten gekämpft, mit der 48.000er Hürde, dann mit der 50.000 Dollar Hürde. Und wenn er jetzt noch eine gewisse Zeit gewisse Marken hält, dann kann es sein, dass wir wieder ein All-Time-High bekommen, dass wir dann über die 70, 80, 90, 100.000 ausschießen, vielleicht noch höher, vielleicht sogar das Doppelte. Und dann wieder einen Eindruck bekommen, was wir ja alles schon mit erlebt haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist völlig normal. Man muss nur darauf vorbereitet sein. Man muss ein klein bisschen Geduld mitbringen. Und wie man das mit einer guten Strategie auch wunderbar verpacken kann, das zeige ich euch. Weil letztendlich geht es eigentlich nur um eins. Wenn mich jemand fragt, Hannes, was ist dein Ziel? Dann sage ich eigentlich nur, wenn ich mal einen Bitcoin habe und wenn ich jeden Monat 0,01 Bitcoins bekomme, woher auch immer, dann wird mir das ausreichen. Damit kann ich meinen Lebensabend gestalten. Weil ich persönlich glaube an die Millionen Euro oder Dollar, völlig wurscht. Und das in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und wenn das passiert, und ich habe einen Bitcoin, dann habe ich die Million. Und wenn ich dann noch 0,01 Bitcoins im Monat bekomme, dann sind es 10.000 Euro im Monat. Und Hand of Sats, jeder, der nicht in der Lage ist, mit einer Million und mit 10.000 Euro im Monat seinen Lebensabend zu verbringen, der möge jetzt gerne mal in den Chat reinschreiben. Und dann gucke ich, dass ich die nächsten Folien ein bisschen anders gestalte. Also ich glaube, das ist für jeden machbar. Die Frage ist ja nur, was muss man jetzt investieren, um da hinzukommen? Wie hoch muss die Investition sein in eine Versicherung, in die Rentenversicherung, um eine Million zu haben und zusätzlich 10.000 Euro im Monat? Das ist die spannende Frage. Wie viel Geld muss man da in die gesetzliche Rentenversicherung investieren oder in eine private Rentenversicherung? Und ihr könnt euch das gerne mal ausrechnen oder ausrechnen lassen. Und ihr werdet erschrecken, wie viel Geld man dafür braucht. Und ich werde euch natürlich zeigen, wie das auch mit kleinem Geld machbar ist, wie man sich diese Chance aufbauen kann. Wir haben von Smart IT, wir machen das auch schon eine Zeit lang, und im Wesentlichen geht es bei Smart IT darum, im Prinzip Punkt 1, so schnell wie möglich, dass ihr euer Geld zurück habt. Was ihr investiert? Wenn es geht, innerhalb von 10 bis 12 Monaten. Das ist der Anspruch. Geld kommt rein von Kunden und die Kunden haben nach 10 bis 12 Monaten ihr eingesetztes Kapital zurück. Der zweite Punkt ist, wesentlich mehr Bitcoins zu produzieren, als ihr mit dem gleichen Geld hättet kaufen können. Also im Klartext, wenn ihr heute 40.000 Euro in die Hand nehmt ungefähr, könnt ihr einen Bitcoin kaufen und wenn ihr bei Smart IT 40.000 Euro investiert, solltet ihr zwei Bitcoins produzieren oder mit dem halben Geld die gleichen Bitcoins produzieren. Das ist der Ansatz, wesentlich mehr Bitcoins zu produzieren und vor allem völlig entspannt. Und was ich damit meine, das zeige ich euch auch noch. Ja, wir haben das zusammengefügt, haben eine Strategie daraus gemacht. 2017 ging es eigentlich schon los, 2018, also wir haben inzwischen weit über 1000 Tage Erfahrung und der offizielle Part mit der Eröffnung des Online-Shops ist heute exakt vor 890 Tagen passiert. Seitdem investieren die Kunden bei uns, also über zwei Jahre, im März werden es drei Jahre. Also wir haben da schon ein paar Tage Erfahrung und haben inzwischen mit den über 2000 Kunden, die im Schnitt, also über 60 Prozent, haben immer wieder nachgekauft und es gibt keine Kunden, die einen Minus haben, weil, ihr werdet es gleich sehen, mit Smart IT kann man kein Minus machen. Es geht nicht. Die Strategie ist wirklich so clever aufgebaut, dass der Worst Case ist, dass es mal keine Bitcoins gibt. Und das hatten wir in diesen 890 Tagen lediglich 15 Mal. Aber negative Tage gibt es nicht und da sind wir auch stolz drauf und das beruhigt natürlich auch die Kunden, dass sie eigentlich zugucken können, wie ihr Bitcoin-Bestand wächst. Es werden immer mehr Satoshis. Die Satoshis sind die Nachkommastellen beim Bitcoin. Es wächst an und ihr werdet es gleich sehen, die Einstiegsgrößen sind wirklich günstig gemacht. Wir können mit kleinen Größen einsteigen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich zeige euch das jetzt mal und gehe natürlich auch live mit euch mal rein, um euch zu zeigen, wie das live aussieht. Im Prinzip haben wir nur eine Strategie. Das ist unsere Balance-Strategie. Okay, es gibt noch ein paar Zusatz-Tools, die zeige ich euch noch und wie diese Strategie aufgebaut ist, gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Wie gesagt, wir haben einen Online-Shop. Lasst euch von der Person, die euch eingeladen hat, einen Link schicken, dann könnt ihr euch registrieren. Das ist auch kostenlos und dann könnt ihr das tun, was die meisten Menschen sowieso können. Ihr könnt Online-Shoppen. Ihr braucht keine Vorkenntnisse. Das ist das Schöne. Ihr startet direkt, legt Artikel in den Warenkorb, geht zur Kasse, bezahlt in Euro, dann geht es rüber zur Landesbank Baden-Württemberg zu uns und dann geht es auch schon los. Und die Strategie ist wirklich perfekt aufgebaut. Die ist so aufgebaut, dass ihr ab dem ersten Moment Bitcoins habt, dass ihr immer wieder garantiert Bitcoins dazu bekommt und dass ihr Bitcoins produziert. Das kommt auch noch mit dazu. Und deswegen, ihr könnt euch eigentlich zurücklehnen und könnt gucken, wie euer Bitcoin-Bestand legt. Das Paket kostet 2000 Euro und in dem Moment, wo das Geld bei uns angeht, bekommt ihr direkt Bitcoins im Wert von 300 Euro, also 15 Prozent, direkt gutgeschrieben. Die stehen euch auch ab dem ersten Tag, ab der ersten Sekunde zur Verfügung. Also 15 Prozent. Dann bekommt ihr garantiert 12 Prozent Hosting-Bonus im ersten Jahr, verteilt auf 365 Tage, im Wert von 240 Euro, garantiert eingebucht. 12 Prozent garantiert im ersten Jahr. Das hat einen Riesenvorteil. Und wenn man die Kunden mal fragt, die vor zwei, drei Monaten investiert haben, die sind total happy, weil da ging der Kurs runter. Das bedeutet, sie haben für ihren Eurobetrag mehr Stücke eingebucht bekommen. Das heißt, die Stücke sind schneller gewachsen. Das hat richtig viel Vorteil. Geht der Kurs hoch, habe ich sofort die Wertsteigerung bei den 15 Prozent. Also ihr seht, da hat sich jemand was dabei gedacht. Es war aber nicht nur die Smart IT, es ist eigentlich gemeinsam mit den Kunden entwickelt worden, weil es kamen Anfragen und so ist halt dann diese Strategie entstanden, wo man es angepasst hat und da sind wir auch sehr dankbar und sehr glücklich damit. So, der dritte Baustein, den ihr noch dazu bekommt, keine Angst, sind keine Hühner, aber ich möchte euch das kurz erklären, weil ohne Huhn kein Ei. Wer Hühner hat, wird immer Eier haben. Und er kann auch Eier verkaufen und weil es kommen morgen ja wieder neue Eier nach, weil jedes Huhn legt am Tag circa ein Ei, habe ich sieben Hühner, habe ich sieben Eier am Tag. Ein Huhn hat eine Lebensdauer von sieben Jahren und ähnlich ist es beim Bitcoin. Beim Bitcoin brauche ich diese Maschinen, die haben auch eine Lebensdauer von sieben Jahren. Die brauchen Strom, die werden heiß und brauchen gut Kühlung, sind laut und ohne diese Maschinen kein Bitcoin. Das ist die Basis. Ohne Huhn kein Ei, ohne diese Maschinen kein Bitcoin. Diese Maschinen sind angeschlossen in der Bitcoin-Blockchain und die können auch nur Bitcoin, sonst nichts. Das sind klassische, das sind wirkliche Bitcoin-Maschinen, die sie diese kryptischen Rätsel lösen und so weiter und dann die Buchführung für den Bitcoin machen. Wie gesagt, sieben Jahre heben die und ihr bekommt dann die Rechenleistung, die in diesen Maschinen drinsteckt. Die kauft ihr sozusagen und wenn die Maschine kaputt geht, dann wird die ersetzt und die Smart-IT stellt eine neue Maschine hin und ihr bekommt hier Rechenleistung für die nächsten 20 Jahre. Mindestens 20 Jahre. So, und zwar 5 Terahash. Was ist ein Terahash? Ganz kurz, könnt ihr direkt wieder vergessen. Mit 5 Terahash können 5 Terahash Billionen Berechnungen pro Sekunde in der Bitcoin-Blockchain durchgeführt werden. Kauft ihr 2 Pakete für 4.000 Euro und dann habt ihr 10 Terahash. Kauft ihr 10 Pakete, könnt ihr genauso tun wie eine Stiftung, die für eine Viertelmillion Bitcoins Geräte gekauft hat, Pakete gekauft hat. Also es gibt nach oben keine Grenzen. Der kleinste Kunde hat ein Abo gezeichnet, das kommt jetzt hier, mit 55 Euro im Monat, das geht auch. Da gibt es ein Achtel Terahash, ansonsten gleiche Spielregeln, 15% direkt, 12% garantiert auf jeder Abo-Rate, verteilt auf 365 Tage. Das ist euch überlassen, wie ihr einsteigt, ob ihr nachkauft. Ihr könnt jederzeit nachkaufen, das Abo könnt ihr jederzeit stoppen, da gibt es keine Zusatzkosten beim Abo. Das ist genauso aufgebaut wie das Grundpaket-Balance. Ja, also es macht keinen Unterschied. Geht ruhig großzügig dran, wenn das Abo dann nicht mehr geht, dann wird es einfach gestoppt. Das nutzen verdammt viele Kunden schon. Aktuell circa knapp 80.000 Euro, was das Mal-IT über das Abo jeden Monat bekommt, wo immer wieder Rechenleistung gekauft wird. Und ich möchte euch an der Stelle dann auch mal natürlich live zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich muss jetzt ganz kurz rüber gucken auf meinen rechten Bildschirm und dann zeige ich euch das einfach mal und logge mich da mal ein und ziehe das Ganze jetzt rüber. So, jetzt müsstet ihr das sehen. Jawohl, jetzt sind wir live. Und ihr seht zum Beispiel, das ist jetzt ein Kunde, der hat noch das Vorgängerprodukt gekauft, war aber genauso aufgebaut. Das kostete 1250 Euro, da waren dann weniger Terrasch drin und der hat das gekauft, beziehungsweise ihr seht es da hinten, die Mining-Tage vor 488 Tagen. Wenn er da morgen reinguckt, stehen da 499 Tage. Und 1250 investiert in so ein Paket und oben links, ihr seht es, der hat jetzt schon Bitcoins produziert, 0,055 Bitcoins im Wert von 2225 Euro. Das heißt, er hat sein Geld, sein eingezahltes Kapital schon 1,78 Mal zurückbekommen. Und Leute, das Verrückte ist, beim Bitcoin, dass der Gewinn nach 12 Monaten komplett steuerfrei ist. Also, wenn der auf eine Million hochgeht, habt ihr steuerfreie Gewinn und deswegen gibt es auch in den Berichten, das könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, hier gibt es Monatsberichte, wo ihr den Finanzamt auch dokumentieren könnt, dass ihr die Bitcoins schon länger als 12 Monate habt. Wenn ihr zum Beispiel in den Bericht vom Juli 2020 reingeht und da stehen so und so viele Bitcoins drin, dann könnt ihr sagen, Achtung, Guck hier, die habe ich im Juli oder im Mai letzten Jahres mit Smart IT generiert, die sind für mich komplett steuerfrei. Und wenn ihr, wenn ihr ins Wallet reingeht, auf Ein-Auszahlungen, dann seht ihr, das Mining-Ergebnis, die Satoshis hier, jeden Tag, 26. August, 25. August, 24. August, jeden Tag gibt es Mining. Dann kann man dann blättern unten auf die nächste Seite, das war jetzt der August diesen Jahres oder wenn ihr sagt, wie war es im Februar, wie viel Hosting-Bonus habe ich da bekommen? Zack, Hosting-Bonus, hier, jeden Tag Hosting-Bonus, auch wieder, 28. Februar, 27. Februar, 26. immer der aktuelle Tag ist ganz oben und alles, was hier kommt an Hosting-Bonus, an Mining-Ergebnis, sammelt sich oben links und das, was da oben steht, ist frei zu eurer Verfügung. Damit könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Ich kann es euch nur ganz ernst legen. Geht das Ganze mal durch, schnuppert da rein und ihr werdet sehen, wie viel Spaß ihr da habt und ja, und dann, wie gesagt, dann abliegt es euch selbst, ob ihr das dann das Ganze dann ausbaut oder nicht. So, und wenn ihr reingeht im Shop, auch ganz easy, es gibt nur diese drei Produkte, ja, das ist der Balance in der Mitte und dann gibt es noch den Turbo und den Global und ihr seht, Punkt 1, da gibt es einen Preisunterschied, 500 Euro, 2000, 2500 Euro und wenn ihr rechts auf mehr Informationen klickt, dann ist da noch eine Beschreibung drin und für euch zur Info, ich sehe es so, Balance, damit kauft ihr beim Auto, würde ich sagen, das ist der Autokauf, der Turbo ist ein Tuning, das braucht nicht jeder, aber viele Menschen wollen das und Global ist was ganz Besonderes, das gibt es aber jetzt eh nur noch bis Ende September, da solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob ihr euch den Global noch schnappt, ich werde euch da noch ein paar Sachen dazu zeigen, aber im Prinzip sind alle Strategien gleich aufgebaut, nur teilweise mit anderen Gewichtungen, ja, dass praktisch der eine mehr Hosting-Bonus hat, der andere mehr Rechenleistung hat und wenn ihr mich jetzt fragt, was ist das beste Produkt, dann sage ich euch, ich kann es euch nicht sagen, ich weiß nur eins, wir haben Gold, Silber und Bronze-Medaille hier liegen, aber ich kann es euch nicht sagen, wer in den nächsten sechs Monaten die Gold-Medaille hält, die Silber und die Bronze, wer ist über zwölf Monate, das hängt vom Bitcoin-Kurs ab, das hängt von wie viele Menschen steigen ins Mining ein, von dem Schwierigkeitsgrad, vom Dollar-Kurs, also gibt es so viele Komponenten, so dass es sein kann, dass es immer eine Phase gibt, wo das eine besser läuft, wie das andere, wo ein Beschleuniger drin ist, beim Turbo, das könnt ihr euch in Ruhe anschauen, aber in der Balance ist im Prinzip alles drin, das habe ich euch vorgestellt. Beim Global, der Turbo wird oft gemacht, auch für die, dass ein Opa für die Enkelkinder was macht oder wenn man einfach sagt, komm, ich habe jetzt nochmal 500 Euro, das passt gerade, das schiebe ich jetzt nochmal in den Turbo rein, guckt euch das an, in aller Ruhe im Shop und der Global ist was ganz Besonderes, das haben wir aufgelegt für unsere bestehenden Kunde als Dankeschön und der läuft aber jetzt aus Ende September. Also da habt ihr jetzt die einmalige Chance noch zuzuschlagen, weil beim Global ist es so, dass nicht nur, ihr seht es hier, nicht nur ein Hosting-Bonus drin ist, in Höhe von 10%, der direkt ausbezahlt wird, da ist auch noch ein laufender Hosting, höherer Hosting-Bonus drin, von 24%, verteilt auf zwei Jahre, auf 730 Tage, das heißt, im Prinzip, ihr bekommt hier Monat für Monat, täglich abgerechnet, zwei Prozent pro Monat, zwei Jahre lang, garantiert, in Bitcoins gutgeschrieben, das sind in der Summe schon mal 34%, wenn ihr das rechnet, sofort die 10% und die 24%, dann noch Rechenleistung, weniger Rechenleistung, 2,5 Tera-Hash, und dann noch was ganz Fantastisches, anteilig, fünf Prozent vom globalen Smart-IT-Mining-Ergebnis in Bitcoins für mindestens, für exakt 20 Jahre, die Auszahlung ist auch täglich, ab dem ersten Tag, direkt nach Geldeingang, und diese fünf Prozent werden aufgeteilt auf 4.000 Pakete, also auf insgesamt 10 Millionen Volumen, was wir hier haben, und das ist eine Menge, weil die Smart-IT hat inzwischen schon 50.000 Tera-Hash durchbrochen jetzt, wenn ihr mal guckt, ihr kauft hier 2,5 Tera-Hash, die Smart-IT hat inzwischen über 50.000 Tera-Hash am Laufen, es wird jeden Tag mehr, wir haben uns allein in den letzten zwölf Monaten hat es sich vervierfacht, und die Kunden partizipieren dann an dem gesamten Mining-Ergebnis, also das ist eine einmalige Chance, wer die nutzen will, 2.500 Euro, das bitte bis Ende September, weil am 1. Oktober wird es dieses Paket nicht mehr geben, das ist eine einmalige Chance, wo man zuschlagen kann, ansonsten weiterhin Balance und Turbo. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfolie, meiner Folie 13, was ich euch vorhin gesagt habe, 13 ist auch meine Glückszahl, und warum ich das mache, wo ich die Chance sehe, wo ich für jeden die Chance sehe, ob es für mich ist, mein Freund, mein Bekannte, mein Verwandter, da muss man einfach mal, das müssen wir uns gemeinsam mal angucken, damit ihr seht, was für eine Chance hier da ist. Ich mache mal ein Beispiel, wir haben Stand heute, ihr seht es oben, 26. August, Bitcoin-Kurs, heute Nacht gehabt, von 48.987 Dollar, umgerechnet 41.615 Euro. Wir machen mal folgendes, du entscheidest dich für 5 Pakete, 25 Tera Rechenleistung, aktueller Preis, 5 mal 2000, 10.000 Euro. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wir mit 10.000 Euro für Möglichkeiten haben. Auf der einen Seite, wenn wir bei Smart IT investieren, auf der anderen Seite, wenn wir direkt in Bitcoins investieren. So, wenn wir bei Smart IT das Ganze hochrechnen, auf die nächsten 5 Jahre. Ihr habt vorhin gesehen, 2024, das ist in 3,5 Jahren, reden wir über Kurse von 500.000 bis 1 Million in den nächsten 3 Jahren. Und ich nehme jetzt hier einfach mal, dass der Bitcoin, ihr seht es hier in 5 Jahren, auf 500.000 Euro hochgeht. Und ihr habt hier nebendran jetzt eine Zahl stehen, 0,056 Bitcoins, dann in diesem Jahr und dann hinten bereits produziert nach 5 Jahren 0,3477 Bitcoins. So. Wie komme ich auf diese Zahl? Ganz einfach. Das sind die Live-Zahlen, die die Smart IT produziert hat. Also, wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, wenn wir in der Zukunft das Gleiche produzieren wie in der Vergangenheit, dann haben unsere Kunden nach 5 Jahren 0,3477 Bitcoins. Und wenn der Kurs dann bei 500.000 Euro ist, dann sind es 173.861 Euro. Investition war 10.000 Euro. Hätte ich direkt in Bitcoins investiert, dann hätte ich immer noch meine 0,24 Bitcoins. Mein Viertel Bitcoin im Wert im Wert von 240.000. Also, es ist aktuell so, dass wir das noch 4 Jahren ungefähr schlagen. Nach 3,5 bis 4 Jahren aktuell, nach jetzigem Stand, werden wir schon mehr Bitcoins produziert haben, wie wenn man mit dem gleichen Geld Bitcoins gekauft hätte. Und da steht jetzt zwar in 12 Jahren drin, ist aber völlig wurscht, ist ja egal, ist im ersten Jahr so, im zweiten Jahr so, im dritten Jahr so. Wenn ich heute 10.000 Euro investiere, bekomme ich 0,24 Bitcoins. So, auf 10 Jahre, mal angenommen, das, was die jetzt prognostizieren, für die nächsten 3, 4 Jahre, würde erst in 10 Jahren passieren. Der Bitcoin-Kurs steigt auf 1 Million. Dann hätte ich 0,63 Bitcoins im Wert von 630.000 Euro. Das ist mehr als das Doppelte, wie wenn ich direkt in Bitcoins investiert hätte. Und jetzt kommt eigentlich die Chance, wenn ich euch zeigen will. Weil, wenn ihr täglich Bitcoins produziert, dann, ich habe es erwähnt, stehen euch die ja auch täglich zur Verfügung. Und niemand hindert euch daran, zum Beispiel zu sagen, komm, ab dem fünften Jahr, ich kriege das mit im Moment, die Kunden sind geizig, die horten ihre Bitcoins, die wollen sie gar nicht ausgeben, weil sie sagen, der wächst noch an, aber ihr könnt natürlich jederzeit Bitcoins verkaufen. Und niemand hindert euch dran, zu sagen, in fünf Jahren will ich ein bisschen kürzer treten und da könnte ich ein bisschen Geld gebrauchen und ich verkaufe jetzt einfach Monat für Monat Bitcoins im Wert von 2500 Euro. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich das tue, wo ich dann nach zehn Jahren stehe. Dann stehe ich nach zehn Jahren natürlich nicht mehr bei 0,63 Bitcoins, sondern nur noch bei 0,30016 Bitcoins. Klar, weil ich musste ja immer wieder Bitcoins verkaufen, sechs Jahre lang, Bitcoins im Wert von 30.000 mal 6, 180.000 Euro hätte ich dann schon entnommen, bei einer Investition von 10.000, Leute, überlegt euch das mal. Und es wären immer noch 0,3 Bitcoins da, im Wert von 300.000, immer noch mehr Bitcoins, wie wenn ich direkt heute in Bitcoins investiere, 0,24 und ich habe jeden Monat Bitcoins verkauft, denkt an das Huhn, denkt an das Ei, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich weiß, dass meine Hühner jeden Tag Eier produzieren und der Eierpreis ständig steigt, dann sei es mir gegönnt, dass ich ab und zu auch mal ein Ei esse, weil ich weiß ja, morgen früh liegen wieder neue im Hühnerstand. Und das ist die Riesenchance und ich weiß, dass viele genau sich darüber Gedanken machen, wie schaffe ich es? Einen Bitcoin aufzubauen, anderthalb Bitcoins aufzubauen. Manche rechnen dann auch so, dass sie sagen, ich glaube an die Million und wenn ich dann 0,1 Bitcoins jeden Monat rausnehmen kann, dann sind es 100.000 Euro. Also muss ich nur dafür sorgen, dass ich einen Bitcoin irgendwie aufbaue und dann noch eine Produktion aufbaue von 0,1 Bitcoins. Das kann sich jeder selbst gestanden. Für den einen sind 2500 Euro im Monat viel Geld. Der Nächste sagt, komm, lass mich bei mir noch eine Null dranhängen, 25.000 im Monat wären besser. Ich habe auch ein bisschen mehr Geld, was ich oben investieren kann, wie 10.000 oder ich mache noch ein Abo dazu mit 2, 3, 4, 5, 600 Euro. Das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ihr habt hier alle Möglichkeiten. Das Schöne ist, ihr seht den Erfolg immer direkt und ihr könnt täglich, sekündlich auf eure Bitcoins zugreifen und wir haben schon ein paar produziert. Wir haben schon, Stand gestern waren es über 255 Bitcoins für unsere 2000 Kunden produziert. Wir haben richtig Spaß dabei. Silber, die D-Mark war gestern. Heute sind wir im Bicolor-Bereich mit dem Euro, aber ihr habt es, ihr kriegt es bestimmt noch mit. Euro ist auch im Gespräch, wie lange wird es ihn noch geben? Wann gibt es ihn noch digital? Wann wird er physisch abgeschafft? Die meisten haben gar nicht mehr groß viele Euros in Geldbeuten, die zahlen sowieso sondern noch elektronisch alles und ja, morgen wird es wahrscheinlich so aussehen, es wird komplett digital werden. Der Bitcoin hat seine Rolle eigentlich schon gefunden, er wird immer stärker werden und ja, lasst uns gemeinsam angehen, lasst uns so viele Bitcoins wie möglich produzieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schön, dass ihr heute Abend mein Gast war und ich hoffe, wir sehen uns bei dem einen oder anderen Webinar mal wieder. Dienstag ist Marco wieder dran, wenn es euch gefallen hat, macht Werbung, empfehlt uns weiter. Ich sage danke, bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.